Genial. Ach, äh, willst du mir das Drachen-Ein gleich noch geben, ey? Das würde mich echt interessieren, das sieht richtig geil aus, das Scheißvieh. Äh, welches jetzt? Keine Ahnung, ja, dieses komische Ding da, was du mir gesagt hast, dieses Alp. Ja, Kratten-Alp oder Königsdorn? Alp-Ding da. Servus. Ja, okay, warte. Und spawnen sie? Ja, sind schon, ja, sie sind schon down. Okay. Jetzt muss ich doch die ganzen Quests abgeben hier. Ähm, weil ich schick's jetzt per Mail. Achso, ja, okay. Was ich scheiß finde, man kriegt keine Nachricht, dass man ne mehr gekriegt hat oder so, ne? Doch, kriegt man. Was denn? Ich hab ein bisschen nie was erhalten. Leute, wie siehst du aus? Ach, nee, das ist ne Frau. Das ist irgendeine andere. Ähm... Warum hat mir Jukat ein scheiß Bayern-Geld geschenkt, dass ich jetzt damit anfangen. Ähm, warte. Äh, wie heißt du nochmal? Kaikamui. Und man kriegt ne Nachricht. Und zwar musst du unten beim Chat. Und aus dem du kannst mir in der FL schicken, weißt du, ne? Was? Lass mich in der FL, vergiss das nicht. Äh, ich kann mal da Sachen schicken. Gick mal da Punkte oder so dafür. Ja, man kann da sogar Freundschaftspunkte kriegen. Weil da gibt's ein Freundschaftssystem auch. Oh, wie cool. So, und jetzt musst du unten links bei dir, im Chat... Ah, ihr habt neue Mails. Ja, ja, ich hab's gelesen. Ihr habt neue Mails. Ja, ich find's geil, dass es nur so angezeigt wird. Ja, danke für den... Das nervt mich mal ein bisschen an dieser Gilde. Und zwar, dass ein paar Leute nicht so... ...helfen, wie man das gern hätte. Aber egal. Na, ja, die haben mir eigentlich jetzt schon... ...würde immer geholfen. Die eine will, dass sie ihren dummen Drachen haben. Ja, okay, okay. Aber, ähm... Ja, ja. Jetzt zum Beispiel hab ich grad einen Alt-Shack gefragt. So, ja, brauche ich mir jetzt Meisterschafts-Skillung? Und das hab ich schon zweimal gefragt. Und das kam bis jetzt nichts. Ja, haben wohl wenige... ...drehen. Ja, UCAT hat. Und UCAT... ...ist auch online. Meisterschafts-Skillung, was ist das? Das ist das, wo du auf N draufkommst. Wo die ganzen Skills... Ah, ja. ...die du lernen kannst. Ja, das brauch ich auch irgendjemanden. Ja, Waffenmeister haben wir ein paar, glaub ich. Ja, aber das ist keiner online jetzt, oder? Warte, ich guck. Bei mir brauch ich nur Nupsi-Fragen. Ah, ja. Glücklicher. Ähm, also... Näh, ist echt keiner online gerade. Aber ich weiß nicht, ob in der Allianz, weil ja Nubes kriegen, eine online ist. Kann ja nur unsere Dinge zocken. Kann mir... ...wer... Und dann mach ich Demi Demi Huhu Also was heißt jetzt Huhu? Ja nix Ah der ist online, welches Level bist du? Ich habe ihn meint, ja Mich, er hat auch hier hinten geschrieben Ah, er hat mein Level hin Alfin, Meisterschaftsprüfung habe ich jetzt über 4 Stunden gebraucht Muss man sich mal vorstellen Ja, bringt ja aber auch mega viel Warte Ich bin froh, dass ich die Scheiße jetzt hinter mir habe Ja, werde ich auch Aber ich muss den Kack jetzt auch noch machen, hab gar keinen Bock drauf Könnt ihr mir helfen Wenn ihr es hinter euch habt Könnte heute eigentlich noch die Story Missions weitermachen Kann ich auch nicht eine einzige machen Keine einzige Boah, ich muss hier voll viel Scheiße einsagen Guck, das finde ich jetzt zum Beispiel assig, ne Das UCAT, der ein 105er Boogie ist Mir jetzt nicht schreibt, welche Meisterschafts-Skiller ich nehmen soll Sondern über irgendeinen anderen Schwachen schreibt Jetzt, warte mal Hä Ja, guck doch mal an Alijad So, ich hab gefragt Ähm, wer jetzt hier Ob mir jetzt jemanden, äh Meine Meisterschafts-Skillung verraten kann Oder wie ich das am besten skille Und UCAT ist ein 105er Boogie Dann schreib ihn doch direkt selbst mal an Das machen wir sowieso nicht Ja, mir hilft auch mal keiner bei meiner Skilling Ja, ich hab Okay Und, und, wo ist Lotus, oder? Was ist Lotus? Auf zu den Himmelsen Mach ich jetzt Egal zu welcher Himmelsen sie ich fliege Äh, die, bei was? Ach, ich muss auf zu den Himmelsen Da sind mehrere Himmelsen Das sind doch Da war ich mir crooked Von welcher ich fliege Hm Werde an Deine Drachenkammererweiterung Hörst du welcher soll ich fliegen? Du, ich hab keine Ahnung, was heißt der mit Himmelsinseln? Wo kann man eine Drachen-Erweiterung kaufen? Bei den Erweiterungsdingern, wo du schon warst. Äh. Viele gucken eigentlich gerade zu. Keiner. Wie gesagt, es kommen immer wieder welche. Das war's. Da hängt sich sowas von krass. Ja, aber das ist immer so. Weil die sind noch so klein oder? Ja, liegt am Programm. Ich hoffe, das bringen die beiden mal richtig, weil so lange werde ich da bestimmt nicht hingehen. Und die da so rumhängen, also ganz ehrlich, da stattert da ja wie Sau. Ja, aber da musst du eh nicht lang hin. Also eigentlich musst du ja immer nur vom Möbeltypen, also vom Apartmentverwalter zum Port gehen und dann. Weil da sind ja eh nur die Häuser. Ja. Ah, da kannst du ja also ein Haus kaufen. Auf gut Deutsch gesagt, ein Grundstück. Ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, das ist ja schrecklich da, also. Da müssen wir eigentlich noch was geben. Also ich finde, heute bin ich übel und produktiv. Ja, ich mache die ganze Zeit diese dummen Quest von Level 30. Boah, das langweilt mich grad so hart, die Scheiße hier. Beschaffe das, beschaffe dies, mach das, töte den. Klippe, spreng den Bergklipp, nächsten Klippe. Ja, das ist langweilig einfach. Warum würde ich jetzt nicht mehr hin, dass ne Scheißbriefe herkriegen? Und der Unterweltafen. Doch, 919.000 Erfahrungspunkte ist das Lipp. Also wie komme ich zum Unterweltafen? So wie du immer hinkommst. Ein Luftschiff. Genau. Genau, der fliegt zum Unterweltafen. Mal eins, gell. Ach, apropos. Höchstlinge. Mal eins, gell. Hab mir gesch? Bringt KampfskillXP. KampfskillXP. Ach, lieb mich. Naja, wo so umrückte ich war... Ja, ja, auch nicht. Hier vorne, wie viele Eier hast du? Warte. Kannst du dich mal bitte freischalten dann? Dann komm ich mal bei dir vorbei. Äh, ich glaub du bist schon und du hast euch glaub ich schon bei mir. Echt? Oder warte? Nee, ich glaub hab ich nicht. Du hattest gesagt, dass du dich nicht aufgestellt hast. Also freigeschaltet bist du. Okay, dann komm ich dann später mal vorbei. Was willst du denn wissen? Verstand. Wie genau ich... ... killen... ... sollte. Da fällt mir grad was ein. Scheiße! Hm? So tägliche Quests machen! Shit! Shit! Ich hab dafür nur... ... so wenig Zeit. Scheiße, muss ich... ... nach wenig. Shit! Ja, wie möglich jetzt die Scheiße. Könntest du bei mir auch mal tanzen dann später... ... ihr beide? Warum sind denn alle eigentlich nicht hier im TS-Baddam-Tisch? Drei sind denn in der Kiste? Drei sind aber auch im Nupsi-Bunker. ... A-L-O-A-Attribut-Punkte verteilt du am besten immer zwei auf Wildheit, eins auf Fokus. Also was ist Wildheit? Unser Fokus... ... ... ... ... ... ... ... Fokus nicht nicht auf Stärke